Hallo liebe Zivsee-Freunde zu einer neuen Ausgabe von Euro Truck Simulator 2 mit der nächsten Aufgabe, die ihr hier bereits eingeblendet seht. Ich dachte mir, wir verlassen jetzt mal Italien und fahren mal nach Richtung Osten in der schöne Österreich. Und zwar hier Eiland nach Wien mit Altkunststoff. Ist das Einzige, was einigermaßen interessant ist. 875 Kilometer. Junge, Junge, Junge. Was für eine Strecke. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal geschlafen und getankt und mich auf den Weg dahin gemacht, wo diese Auflieger stehen. Also, fahren mal los. Los. Genau. Ja. So. Ja. Es ist kurz nach Mitternacht. Aber ich denke mal, das werden wir schon dann auf die Reihe kriegen. Wir werden dann in der Nacht fahren und dann tagsüber ankommen. Ist doch auch was. Fahren. Alles gut. Auf geht's. Auf geht's, liebe Helga. So. Ja, Mailand, muss ich ehrlich sagen, ist ein interessantes Weckchen. Könnte man so eine Zweigstelle machen. Mailand. Also, wenn wir mal viel Geld haben und Personal, dann könnte man hier so eine Art ein bisschen rechts abbiegen. Ja, Zwischendepot da einrichten. Aber, da ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Biegen rechts ab. Bald kommen wir an die Tausend ran. Das wird dann richtig ein langer, langer Auftrag werden. Wenigst links abbiegen. Mal links ab. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Mal hier hin, in der Hoffnung, dass hier niemand stopp, abbiegen muss. So. Blick nach innen. So. Los. Biege nach rechts ab. Oh ja, Helga. Immer. Machen wir. Bitte rechts halten. Genau. Boah. Was werden wir wohl diesmal wieder erleben? Einmal durch die Alpenregion. Ja, Rom war leider nicht dabei, aber vielleicht das nächste Mal. Wir müssen uns wieder in Italien aufhalten werden. Bitte links halten. Viele, viele, viele Aufträge waren. Ja. 500.000. Da dachte ich mir, wollen wir mal was anpeilen und dann könnten wir uns mal erweitern. So in, ist der Plan, habe ich ja schon mal erklärt. 100.000, so. 80.000 für einen Ausbau und dann für einen neuen LKW. Ich habe gerne immer ein bisschen Puffer mit dabei, für Reparaturen oder Strafzettel. Wisst ihr ja, ich bin ja ein Meister dahin gehen, dass ich die Leute anziehe, um mir Strafzettel zu verteilen. Meistens wegen Geschwindigkeit. Ich weiß auch nicht warum. An der Farbe liegen das LKWs. Naja. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier rauskommen. Wo geht es denn eigentlich die Reise hin? Ah ja. Einmal um Mailand rum. So, 820. Ein Stückchen, ne? Aber gut. Wir wollen ja hier ganz gemütlich die Ganze hier angehen. Stress und Hektik. Einfach ein bisschen auf der Straße Abenteuer erleben. Schöne Landschaften sehen. Stress. Aber dafür die nächste Situation, ne? Ja, die werde ich vermissen jetzt dann. Da ist der Reich. Situation hier. Gut. Ein bisschen vor, halt. Wird auf. Wiedersehen. Boah. Da muss einmal einer ziehen da vorne rechts. Ohoho. War jetzt Thailand. Deutschland. Jetzt. Jetzt weiter hier. Corona. Da müssen wir hin. Mal schauen, wie das Streckenprofil ist. Vielleicht haben wir da schöne Aussichten. Schöne Berglandschaften. Gucken. Fahr zu. Ich muss weg. Freundchen, fahr zu. Herr Rohr, da haben wir schon mal besucht. Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Dann schauen wir mal, ob in Österreich was Interessantes ist. Da transportieren. Wir brauchen nicht viel erklären, glaube ich, weil das Spiel als solches ist ja jetzt nicht so erklärnisbedürftig. Einfach mal entspannt hier ein bisschen Lkw fahren. Nacht hinein. Nettel Nacht zwei. Spiel. Versaunt und die Straße hier ein bisschen. Die Autobahn. Jetzt wieder, weil. Wiedersehen. Mal. Ja, dann langsam mal. Zeit verlieren. Jetzt. Abfohlen. Ah. So. Tankstelle mache ich. Ja, wir fangen. Liegt nicht auf unsere Seite. In Anführungsstrichen. Haben wir schon vollgetankt. Passt. Aufpassen, weil jetzt muss ich, glaube ich, raus. War zu, gelber Flitzer. Runter. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Prüft. Bitte rechts halten. Innsbruck, da steht es ja schon in Österreich. Vorsicht. Ich will einen Unfall geben. Oh ja. Jetzt hier. Dann. Lässt du mich da rein? Nein. Ja. So. Wetter geht's. So. An Verona vorbei. Wie ihr sehen könnt. Gut. Wie ihr sehen könnt. gerade auf zeiten 56 km ihr wisst ja bei so langen strecken machen wir zwei folgen daraus bei der hälfte 130 km wir kommen auf jeden fall nicht auf einmal durch das heißt wir müssen noch mal schlafen gehen wir lassen jetzt italien hier wie ihr sehen könnt langsam wissere ich nähe elkewebung dann nicht da los ihr Glück gehabt eine Bausteine ab geht es am besten reichen wir jetzt auch noch gut war auch gleich da am start bleiben bitte war 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 hier durch der platz ein vier uhr früh jetzt kommt langsam die sonne raus wir sehen könnt wartet bis dahinten einer vorbeikommt komm 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 wir bleiben hier hoch wir stehen die ist in der wenn du das dann wartet wenn du bist du wie Backup Jetzt Freikomme Jetzt Schwung hier Jetzt Mach es Ah jetzt kommt die Dose Ich glaube wie viele da noch Gefolgen werden Gefolgen werden Da war er hier ausgebaut Sehr gut Oh ja Ich bin eine Brücke hier Hast du Einfragen Oh Oh Ich bin eine Brücke 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 Aber wir fahren weiter. 495, okay. Ah, okay. Sind wir eigentlich ganz gut dabei. Jetzt. Keine Probleme. Auch frei, sehr gut. Einmal Eingabe, bitte. Weiter. Kranken. Frage weg. Also wenn wir die Mitte der Folge nehmen würden, dann müssten wir jetzt nach bei der nächsten Mautstelle eigentlich dann Pause machen. Ach, schau ich dir das an hier, das Panorama hier. Ein Traum. Ups, da muss man. Hier. Ein Traum, oder? Ja. Waxer, Österreich. So. Wann da bist du nicht? Da brauchen wir nicht. Au. Jetzt los. Ach du Scheiße. Hingengeblieben hier, oder was? Wahnsinn. Nicht, weiter geht's. Nichts passiert. Hängen wir hingengeblieben. Aber anscheinend keinen Schaden davon gezogen. Bis zum Willen. Das war jetzt, äh, irgendwie komisch, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall anscheinend zu nah an der Leitplanke hingelieben. Nee, 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 nee. Hoffniger Schaden, ja, ist klar. Unfall verursacht. Euro. Okay. Äh. Und noch. Gut. Wir werden auf jeden Fall. Also da jetzt noch nicht, sondern bei der nächsten Tankstelle. Da würde ich gerne hier. Business. Innsbruck. Da würde ich gerne raus. Geht. Spektakulär war das jetzt gerade. Aber alles gut gegangen. Jetzt kommen wir in Österreich. Guten Tag. Rüat. Äh, nicht Grüezi. Servus. Das war Zukunft. Stellplan. So, da oben ist die Tankstelle. Und die werden wir dann wahrscheinlich hier anfahren. Schlafen. Lkw hier. Ja, der Ton ist etwas schmäler als der andere. Ah, Moment mal hier. Jetzt hin. Rechts halten. Ah ja, hier Salzburg. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja. War zu, Stellplan. Die Sonne geht auf. Ja, da werden wir schlafen. Da wird auch dann die Folge enden. Ungefähr die Hälfte, das passt. Wie sagen. Was ist denn los? Was ist denn los? Da jetzt raus, ne? Da ist kein Platz zum Schlafen. Da ist kein Platz zum Schlafen. Reich. Der ist er da. Tanken? Müssen wir tanken fahren? Eigentlich nicht, aber ich tanken mal ein bisschen. Eigentlich reicht es so. Gut. Dann würde ich sagen, gehe ich mal kurz schlafen hier. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.